Hallo Leute, ich bin Luxus, ich bin Merlin, ich bin Merlin, ich bin Merlin, ich bin Merlin, heute werden wir wieder in ein kleines Video von draußen gehen, ein bisschen raus zu sein, raus gehen halt. Und ja, das ist unsere Stadt, natürlich heute nicht fertig sind, es gibt eine Katze unter diesem Auto da, wenn ihr sie sehen könnt, sicherlich nicht. Und da eine Katze unter der anderen, sie ist da, ja, sie ist so drin essen, aber das war ja auch für sie. Und kleiner Prinz heißt der, kleine Katze, die von da ist. Und hier ist meine Mutter, sagt Hallo Mama, hallo. Ja, und halt so, alles kaputt in den Häusern, ein paar Sachen halt so, immer sexy halt erleben, so. Ja, normal, total normal, Katzenfutter, auf einmal diese Fahne. Und ein sexy Auto. Oh, sexy, sexy, sexy. So, wie wir sehen, versucht meine kleine Mutter, den Auto zu waschen. Hier wartet noch mein Vater, dass er kommt, deswegen euch hier. Ja, Parking, habt ihr keine anderen Schild, um das zu machen? Und hier haben wir einen Ball, einen super sexy Ball hier, sexy auf sexy, sieht aus. Hier soll ich nicht, wo ich schieße. Und mich sehen mal in der Kamera, fuck. Ja, ist da ein gutes. Zu viele Bälle, glaube ich. Ja. Wow. Fuck, fuck. Mama, kannst du bitte mich aufnehmen, wie sexy ich aussehe? Danke. Ich war gewinnig mit meinen Amerikan-Sachen, mit einem Amerika-Team, und mit meiner schönen Bommel-Mütze, meine ich. Das war eine Soldat-Mütze. Und das war ich einfach mit meinen Kindern. Daher, wenn ich erwachsen bin, ich war einmal ein großer Soldat in den Kampf. von 1930 mit dem Hitler, ich habe gekämpft für mein Leben. Ja. Ja. Ich war total. Danke, Mrs. Mama. Wie wäre der schöne Kanada mit dem Einmal ein bisschen geholfen. Danke. Und ich komme für Freiheit. Ich weiß nicht, wo ich gehe. Es ist... Es ist scheiße. Es ist scheiße. Was? Wirklich? Danke. Sie haben nur gepupst in das Publikum. Ja, und eine echt schöne Garage, in das nirgendswo in der Hölle sind wir hier. Braucht ihr ein paar Zigaretten? Danke für diese Epidemie. Und wenn ihr diese Epidemie von Merlin gefallen habt, macht einen Daumen hoch bitte und tschüss. Danke. 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 Danke.